Text ist eigentlich ein 2D-Gebilde. Mittels eines CAD-Programms kann dieser jedoch in die dritte Dimension gebraucht werden. Besonders einfach geht dies mit BeckerCAD 3D Pro. 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 Musik Musik Please give me your sound Show me your mind Cause I can't walk alone Musik I see you are shaking Musik I feel my world quaking Baby, come on home Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020